Boxen ist ein tougher Sport. Da kannst du nicht sagen, ich hör mal auf, sondern musst du dich fokussieren, dann musst du stark sein, dann musst du mental und körperlich fit sein. Jeder hat diese innerliche Stärke, nur bei dem einen oder anderen muss man sie einfach extrem herauskitzeln. Um an deine Grenzen zu gehen, musst du dich selber bis zum Limit pushen und alles geben und nicht sagen, morgen ist noch ein Tag, sondern heute und jetzt.